Ja, liebe Studierende, zu später Stunde das Input-Video Teil 2 für das Seminar Barrierefreie Kommunikation im Sommersemester an der TU Dresden. Und im Input 1 hatte ich Ihnen ganz kurz das Konzept der leichten Sprache vorgestellt und würde Ihnen ganz gern heute den Weg von der leichten Sprache hin zu Verso zeigen. Indem ich zunächst auf die Grenzen des laienlinguistischen Konzepts der leichten Sprache eingehe und zum zweiten Forschungen vorstelle, die schlussendlich zu einem Konzept Verso für verständnisorientierte Kommunikation geführt haben. Und würde Ihnen abschließend ganz gern die Regeln für ein Schreiben oder Texten nach Verso vorstellen. Das Ganze dürfen Sie sich bitte nicht so vorstellen, als ob das eine vollständige Schulung wäre. Das ersetzt das kurze Intro hier natürlich nicht. Und ich zeige Ihnen die Regeln, nach denen wir in Verso schreiben und Texten nur im Ausschnitt. Das heißt, es sind die wichtigsten Regeln, die Sie befolgen müssen, um nach Verso verständnisorientiert zu schreiben. Ich gebe Ihnen aber auch gleich mit auf den Weg. Verso ist mittlerweile eine Marke, das heißt für die selbstverständlich GmbH in Bremen, die aus dem Martins Club Bremen hervorgegangen ist. Und für die Verso GmbH in Dresden, die seit einem halben Jahr ausgegründet ist als eine gemeinnützige GmbH mit einem Exist-Stipendium. Und dahinter liegt ein Geschäftsmodell, das sich so aufbaut, dass wir Dienstleistungen erbringen und gleichzeitig forschen. Und das Ganze im Rahmen der Gemeinnützigkeit für gute Zwecke tun und einsetzen. Dazu aber später mehr. Zunächst leichte Sprache, die Grenzen eines allein linguistischen Konzepts. Beim letzten Mal hatte ich schon angedeutet, dass, wenn Sie die Regeln in leichter Sprache streng befolgen, Sie Texte produzieren, die im Wesentlichen standardfern sind. Also das heißt, Sie erzeugen aus einer künstlichen Varietät mit präskriptiven Normen, sind es dann nicht Regeln, sondern Normentexte, die auf den ersten Blick abweichend sind von der Standardsprache. Und er hatte Ihnen dann illustrativ einen Textentwurf in Versu dagegen gehalten, der nicht nur etwas flüssiger sich lesen lässt, sondern auch nicht den Eindruck erzeugt, dass er standardfern ist, sondern eher am Standard orientiert. Hier gibt es natürlich kleinere Anpassungen in der einen oder anderen Richtung. Sie sehen hier den Mediapunkt noch eingesetzt für die Trennung von Komposita und komplexen Wörtern. Allerdings sind wir darüber schon etwas hinaus. Das heißt, selbst dieses Beispiel hier ist schon veraltet. Und die Regeln werden permanent aktualisiert und angepasst an die je aktuellen Bedarfe. Und wir sind hier im Fluss. Und es handelt sich hier tatsächlich um ein Empfehlungswerk, weil es auf empirischen Studien beruht. Und diese empirischen Erhebungen und Studien werden zur Grundlage eines Empfehlungswerkes, das verständliche Texte hervorbringen soll. Und Versu ist zunächst erst mal auf schriftsprachliche Texte konzentriert, lässt sich aber in einem zweiten Schritt auch für audiovisuelle Medien einsetzen. Dazu auch später mehr. Ja, Ausgangspunkt für uns war, dass eben diese Beobachtung, dass leichte Sprache, Chance und Stigma zugleich sein kann für diejenigen, die sie nutzen. Vor allen Dingen in öffentlichen Räumen, weil wir in einer Nation leben, die auf das Kulturkutsprache großen Wert legt. Das soll heißen, wenn jemand in einer komplexitätsreduzierten Varietät sich ausdrückt, also schreibt oder spricht, dann wird ihm gemeinhin das Hetero-Stereotyp zugewiesen, dass seine kognitiven Fähigkeiten nicht besonders ausgebildet seien. Das kennen Sie aus Bewerbungskontexten oder aus schulischen Kontexten. Und damit sind Sie faktisch aufgewachsen, ohne dass Sie sich dagegen wehren können. Bewerbungskontexten soll heißen, wenn Sie sich vor einer Tafel oder wenn Sie ein Heft in der Hand haben, das in leichter Sprache gesetzt ist, dann setzen Sie sich dem Eindruck aus, dass Sie der Sprache nicht mächtig sind, sprich, Sie nicht zum normalen Teil der Bevölkerung gehören. Dem Ganzen vorzubeugen kann eigentlich konsequenterweise nur bedeuten, dass man sich, soweit wie möglich es irgendwie geht, an einen Standard annähern muss. Ja, das große Problem sehen Sie hier, Sie können sie sehr verständlich ausdrücken. Allerdings, ich kaufe ein Buch, damit können Sie keinen bildungssprachlichen Kontext abbilden. Und je komplexer Ihre Sprache und Ihre sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten werden, umso eher neigt man dazu, Ihnen kognitive Fähigkeiten und ein besonderes Talent im Ausdrucksvermögen zuzuweisen. Und damit haben Sie ein gewisses soziales Prestige, das andere Mitglieder unserer Gemeinschaft nicht haben. Und deshalb geht es im Wesentlichen darum, dass man diese Hürden ein wenig abbaut und diese erste Hürde, also das heißt, dieses erste Vorurteil, schon bekämpfen hilft, indem man sich stückweise an eine durchaus nicht unterkomplexe Sprache annähert, aber nicht jeden Schachtelsatz bedienen muss. Ja, Bettina Bock, die hatte ich an einer anderen Stelle schon zitiert, nämlich mit ihrer Broschur, Leichte Sprache, kein Regelwerk, kommt 2014 zu einem Ergebnis, wenn Leichte Sprache lediglich als simplifizierte, nur grob formulierende Sprache mit verflachten, selektierten Inhalten wahrgenommen wird, dann wird sie zum Stigma für die, die sie nutzen. Was haben wir also gemacht? Wir haben uns mit dem Martins Club Bremen zusammen, einem großen sozialen Träger zusammengetan, das war noch an der CAU zu Kiel, und haben empirische Studien durchgeführt, die ich Ihnen mal ganz kurz in der Quantifizierung hier andeute, nämlich die übliche Prüfgruppe für Texte in Leichte Sprache besteht aus drei bis vier Personen mit kognitiver Beeinträchtigung. Bock und Lange 2014 haben eine Studie durchgeführt mit Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung und mit anderen Gewerkspersonengruppen. Dann haben wir, es war eine Batch im Rahmen einer Bachelorarbeit 2015 von Frau Düwer, den Anteil der Gewerkspersonengruppen wesentlich erhöht, eine Fragebogenstudie. 2016 haben wir das in Kiel nochmals erhöht, und zwar hatten wir dann Gewerkspersonengruppen, Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, funktionale Analphabeten, Migrantinnen aus zwei Kulturkreisen und, das ist hier so ein bisschen violett dargestellt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Martins-Clubs, die üblicherweise in leichter Sprache für eine Zielgruppe schreiben. Im Moment, seit 2017, führen wir Wortschatzerhebungen durch mit ständig laufenden Probandenzahlen. Hier sind wir längst in einem Bereich angelangt, der über die bisherigen Studien weit hinausreicht. Allerdings sind diese Studien, weil ich 2017 nach Dresden gewechselt bin, noch nicht an dem Punkt, an dem wir sie veröffentlichen können. Möglicherweise müssen wir das allerdings auch nicht mehr, weil die Ergebnisse aus diesen Studien direkt in die Geschäftsbasis von Verso und damit der selbstverständlich GmbH und der Verso GmbH eingeflossen sind. Ein paar Dinge kann ich im Seminar aber sicher zeigen. Hier jedoch ist nicht der richtige Platz dafür. Vielleicht zunächst ganz am Anfang standen empirische Studien zu bestimmten sprachlichen Items. Das versuche ich Ihnen hier darzustellen. Wir haben ein differenziertes Untersuchungsdesign aufgesetzt, haben Einzelitems abgefragt, haben Texte abgefragt, Verstehensfragen und Akzeptabilitätsurteile und haben auf dieser Basis schon das Regelset oder das Normenset der leichten Sprache reformuliert und haben Empfehlungen ausgegeben. Das Problem war, dass die Gewerkspersonengruppen, das zeige ich Ihnen hier nochmal, also der blaue Balken jeweils und der rote Balken steht für, sie haben ein bestimmtes Item als zu leicht eingestuft, der rote Balken steht für, sie haben es leicht eingestuft und wir haben selbst, wenn wir in allen Einzelitems gegen die Regeln der leichten Sprache verstoßen haben, die Probandinnen unterschätzt. Das hat uns massiv geärgert, wir haben dann nochmal nachgebessert. Wir hatten eigentlich vor, eine Sollbruchstelle zu erzeugen mit diesem Test zwischen Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung und Menschen mit einer funktionalen, also funktionalem Analphabetismus und haben dann noch einmal nachgesetzt in einem nicht so ganz validen Test und das war diejenigen von Ihnen freuen, die sich mit der Kinderliteratur auseinandersetzen wollen und haben dann eine Episode aus dem Sommernachtstraum gewählt. Das ist in der Weltliteratur für Kinder, das ist diese Reihe, sind Dramentexte umgearbeitet in Prosa, in durchaus unterhaltsamer Art und Weise, gut lesbar und haben diese Texte für einen Test herangezogen und ein wenig umgeschrieben, falls jemand der Gewerkspersonengruppe die Geschichte des Sommernachtstraums kennt, also vielleicht schon mal im Theater war oder gelesen hat oder irgendwie anders damit in Bezug gekommen ist. Und zwar haben wir die Namen ersetzt und haben dann direkt tatsächlich aus diesem ersten Teil, Sie sehen das noch im Hintergrund, diesen Text herausgezogen und schon wenn Sie nur diesen Text einfach lesen, werden Sie feststellen, der verstößt durchgehend gegen die Normen der leichten Sprache. Wir haben Adverbiale in Frontstellung, es wird ein Präteritum verwendet, wir haben Passivkonstruktion, Ergativkonstruktion, wir haben Genitivkonstruktion wie Palast des Fürsten, Türme des Palasts und so weiter und so fort. Wir haben Aufzählungen im Text selbst, unregelmäßige Verben, also starke Verben, die ablauten, alles schien friedlich und ruhig und so weiter und so fort. Aber es hört eigentlich nicht auf. Der ganze Text ist nach den Normen der leichten Sprache eigentlich für die Gewerkspersonengruppe unverständlich. Wir haben dann schlussendlich, nachdem Sie diesen Text gelesen haben, auf einem abgefragt, verstehen Sie diesen Text? Ja, nein. Der Text ist zu leicht, leicht, mittelschwer, schwer oder zu schwer und liest sich der Text gut? Das ist eine ganz schwierige Frage, denn damit zielen wir darauf ab, ob es ein Akzeptabilitätsurteil ist. Und Akzeptabilitätsurteile sind immer schwierig, weil man natürlich auch in der Frage nicht danach fragen kann, ist der Text für Sie grammatisch akzeptabel? Weil man dann schon zwei Fremdwörter in der Abfrage hat und die den Gewerkspersonen vorlegt. Und für diese Frage liest sich der Text gut. Und danke ich heute noch Ola Fix, die uns auf diese Idee brachte. Ja, vielleicht ganz kurz, nachdem Sie diesen Text gelesen hatten, mussten die Gewerkspersonen den Bogen umplättern und konnten dann und mussten, sollten dann folgende Fragen beantworten. Wem gehört der Palast? Wen möchte Claudia heiraten? Und was schenkt Antonius? Das sind also ganz drei klassische Fragen, die auf den Inhalt dieses Textes abzielen. und das Verständnis sicherstellen wollen. Und jetzt zeige ich Ihnen mal das Ergebnis. Es war eine sehr kleine Gruppe, es waren zehn Personen. Das dürfte man überhaupt nicht als repräsentativ bezeichnen. Aber vor dem Hintergrund dessen, wie Texte in leichter Sprache geprüft werden, nämlich mit drei bis vier Personen, sind wir noch weit über dem Niveau, was üblicherweise durch das Netzwerk für leichte Sprache vorgeschlagen wird. Wem gehört der Palast? Die Frage wurde von allen richtig beantwortet. Wen will Claudia heiraten? Das noch so kurz daneben. Ich zeige Ihnen auch noch mal den Text. Das liegt ein bisschen daran, dass die Männernamen direkt nebeneinander gesetzt werden. Also sie hießen Markus und Antonius. Und schlussendlich, was verschenkt Antonius? Alle richtig. Das heißt, die Essenz des kurzen Textes, nämlich Antonius schrieb ihr Gedichte und schenkt ihr Rosen und Ringe, das hatten tatsächlich alle richtig. Und zwar mit einer freien Aufgabe. Aber das heißt, sie mussten das selbst formulieren. Das war kein Kreuzeltest. Und das hat uns schlussendlich ein bisschen in die Präduie gebracht, dass wir dachten, damit mit diesem Text locken wir die Gewerkspersonen aus ihrem sicheren Gebiet heraus und bringen sie dazu, zuzugeben oder sehen dann an den Testfragen, dass sie bestimmte Aspekte nicht verstanden haben. Das Gegenteil war der Fall. Gut, aus diesen ersten Erhebungen haben wir exemplarische Regelempfehlungen abgeleitet. Nämlich, der Satz darf mehr als eine Aussage, also eine linguistisch gesehen, eine Prädikation enthalten. Die Satzliedstellung Subjekt, Prädikat, Objekt kann variiert werden, zum Beispiel mit der Frontstellung adverbialer Angaben. Morgen komme ich zu dir. Vor langer Zeit lebte ein Fürst in einem Palast. Fragesätze dürfen selbst dann verwendet werden, wenn kein Fragepronomen realisiert wird. Zustands- und Vorgangspassiv dürfen verwendet werden. Präteritum, Negationen und Partikelverben dürfen verwendet werden. Lexikalische Variabilitäten müssen nicht ausgeschlossen werden. Eine sehr genaue Prüfung wird aber empfohlen. Das lässt sich ja problemlos machen im Kreis der Gewerksperson. So, noch ein bisschen Feedback direkt aus den Fragebögen. Das hatte ich in einem anderen Beispiel schon angedeutet. Gut, das verstehe ich. Muss das Wort Hauptbahnhof nicht getrennt? Ja, das ist die Testperson eine Norm eingeprägt, nämlich, dass wir bei Hauptbahnhof eine Binnentrennschreibung haben mit Binnengroßschreibung. Und dann die entsetzte Frage, also in echt wird das nicht getrennt. Ja, ist das leichte Sprache? Ist das nicht zu schwer, also für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung? Das ist eine Frage gewesen, die Mitarbeiterinnen des Martins-Clubs gestellt haben. Dann hier ein Statement von einem Jugendlichen, der in einer Werkstattarbeit kognitiv beeinträchtigt ist. Das ist doch keine leichte Sprache, oder? Ist doch richtige Sprache, sieht so aus. Und noch ein anderes Statement, an dem besonders deutlich wird, wie stigmatisierend der Gebrauch oder die Nutzung von leichter Sprache sein kann. Hier auch ein junger Mann mit einer kognitiven Beeinträchtigung. Leichte Sprache ist doch für die von der Werkstatt. Das heißt, es gibt immer noch jemanden, dem man noch einmal eine Stufe herabsetzen kann. Und hier haben wir das Stigma, dass man mit der Hand greifen kann. Und vor allen Dingen für diese Statements waren wir unglaublich dankbar, dass wir daran zeigen können, dass wir auf dem richtigen Weg sind, uns in die Standardnähe mit verständlichen Texten zu orientieren. Ja, zum Fazit. Da weder Sie selbst noch die sekundären Adressaten der Tests die verwendete Sprache als leichte Sprache identifizieren, besteht die Möglichkeit, von den negativen Abgrenzungskriterien des Konzepts Abstand zu nehmen. Und das ist eigentlich unser wichtigstes Ergebnis, das uns unmittelbar danach motiviert hat, uns an einem eigenen Regelwerk zu versuchen, das diese Empfehlungen zusammenfasst. Und das ist schlussendlich, wer so, eine verständnisorientierte und barrierefreie Kommunikationsmöglichkeit für alle. Ja, zum Hintergrund, das hatte ich schon ganz kurz angedeutet, also wir haben von der Universität Kiel aus mit dem Martins Club Bremen die Arbeiten aufgenommen, haben Forschungsdesigns entwickelt und die Studien durchgeführt und ausgewertet. Der Martins Club stellte uns die Gewährspersonengruppen zur Verfügung und meldete uns immer Probleme und Anmerkungen zurück bezüglich Forschungsdesign und Ergebnissen. Also, das war eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit, die aber im Wesentlichen ohne Drittmittelunterstützung auskam. Also, das heißt, die aus der Praxis heraus entstanden ist, ebenfalls schon partizipativ und in Service-Learning-Seminaren, so wie wir das in Dresden dann faktisch übernommen haben. Daraus ist schlussendlich mit meinem Weggang aus Kiel und der Übernahme der Professur in Dresden, die haben wir das Ganze professionalisiert und schlussendlich zu Verso zusammengeführt. Und unsere unterschiedlichen Schwerpunkte waren dann, dass wir in Dresden zu Forschung, zu Syntaxen, Sprachwissen geforscht haben und zu Wortschatzumfängen. Und in Bremen bereits ein Dienstleistungsangebot aufgebaut worden ist für die Texterstellung, Grafik, Schulung und Zertifizierung. Und das Ganze unter dem Verso-Label lief. Und schlussendlich haben wir jetzt eine Verso-Gruppe, zu der Verso-Bremien mit der selbstverständlich GmbH gehört und Verso-Dresden mit einer GmbH. Ja, so sieht das Ganze im Moment aus. Wenn Sie sich darüber informieren wollten, das hatte ich ganz am Anfang schon mal bei der thematischen Einführung gezeigt, schauen Sie auf die Website www.verso-gruppe.de. Dort können Sie sich über die aktuellen Angebote und vor allen Dingen die aktuellen Projekte informieren. Und in diesem Kontext findet auch dieses Seminar statt. Das sei ganz ehrlich gesagt. Das heißt, wir haben ein, wenn wir nicht in Corona-Zeiten lebten, würden wir von einem Service-Learning-Seminar sprechen mit partizipativer Beteiligung. Ich sehe, um ehrlich zu sein, im Moment nicht, wie wir ein inklusives Seminar unter diesen Bedingungen realisieren können. So ehrlich muss man sein, denn Inklusion kostet vor allen Dingen Zeit, Geld, Geduld, Empathie und die Möglichkeit mit Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung an einem Projekt zusammenzuarbeiten. Und wie das unter den derzeitigen Bedingungen möglich sein soll, kann ich ehrlicherweise nicht sagen. Es tut mir auch sehr leid, denn ich hatte mich sehr darauf gefreut, mit Ihnen zusammen Meißen weiterzuentwickeln. Und vor allen Dingen haben wir jetzt eine Anfrage aus Wesenstein, die mich sehr freut. Aber schlussendlich muss man die Bedingungen so akzeptieren, wie sie sind. Und es bringt nichts, etwas übers Knie zu brechen. Ja, und jetzt mal ganz kurz zu dem aktuellen Empfehlungswerk, das ich Ihnen hier vorstelle. Ich darf hier ganz kurz durchgehen. Sie müssen das jetzt aber nicht notieren. Die Präsentation ist bereits im Blog-Eintrag zum Seminar hinterlegt. Und schauen Sie sich das bitte in Ruhe an, denn diese Empfehlungen werden zur Grundlage für die Themen, die Sie bearbeiten und die Präsentationsformen, die Sie wählen, zu den Themen, die Sie wählen, auf die wir dann im nächsten Schritt schauen. Also, Sätze dürfen über mehrere Zeilen laufen, alles keine Selbstverständlichkeiten in der leichten Sprache. Eine Absatzgliederung erschwert das Verständnis nicht. Das ist eine Norm gewesen, die das Netzwerk für leichte Sprache aufgestellt hat. Verknüpfungen zwischen den Sätzen sollen ein nachvollziehbarer Thema- und Rema-Struktur aufweisen. Und dann ist auch auf Satzebene eine Variation der Satzgliedstellung möglich. Was wir nie getestet haben, ist, ob Bilder das Verständnis erleichtern. Deswegen können wir auch zu Bildern keine Auskunft geben, sondern nur, dass für uns Bilder und Grafiken als Anker dienen, um Menschen zum Lesen zu motivieren. Das heißt, um die erste Schwelle hin zur Lektüre eines Textes zu überschreiten und das Überschreiten leichter zu machen und Menschen jeglichen Alters und jeglicher kognitiver Disposition können sie durch eine gute grafische Gestaltung und eine gute Auswahl von tatsächlich gut gewählten Fotografien motivieren, sich mit einem, zum Beispiel mit dem Text, weiter auseinanderzusetzen. Deswegen spielt das für uns eine sehr, sehr große Rolle. Fettdruck empfehlen wir zur Vorhebung. Daneben die frei verfügbare Schriftart Open Sans. Im Nachhinein ist Open Sans jetzt die Hausschriftart Tattoo in Dresden, was mich sehr, sehr freut, weil diese beiden Dinge miteinander nichts zu tun hatten. Die Open Sans kommt mit der sogenannten Neuen Frutiger oder kommt der Neuen Frutiger sehr nah bezüglich der Lesbarkeit und deswegen ist die Open Sans tatsächlich eine sehr, sehr gut lesbare Schriftart, die Sie jetzt auch hier im Layout sehen. Interessanterweise sind die Wortzwischenräume ein ganz entscheidendes Kriterium für die Lesbarkeit. Also die Wortzwischenräume können Sie ausreichend groß gestalten und dann sind die einzelnen Wortkörper nämlich gut voneinander zu uns schreiten. Wir haben hier mit einem meist mit doppelten geschützten Leerzeichen gearbeitet. Auf der Satzebene, ein Satz darf mehr als eine Aussage, also Prädikation enthalten, ein Satz mit weit aufgespannter Satzklammer, also zwischen linker und rechter Satzklammer, ich darf morgen mit ihr gemeinsamen Kuchen kaufen, darf bis zu zehn Wörter für funktionale Analphabeten oder bis zu zwölf Wörter für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung umfassen. Auch das ist ein ganz interessantes Ergebnis aus den Detailuntersuchungen. Die Satzziehtstellung SPO, also Prädikat Objekt, darf variiert werden. Satzgefüge aus Haupt- und Nebensatz können verwendet werden, wenn konditionale oder kausale Bezüge hergestellt werden sollen. Das sind die, die wir ausschließlich getestet haben. Andere haben wir nicht getestet. Das heißt, konditionale und kausale können Sie verwenden. Fragesätze, das hatte ich Ihnen schon gesagt. So, spezifische Konstruktionen. Sie erinnern sich, bei dem Durchgang durch die Regeln des Netzwerks für leichte Sprache, wenn Sie das nicht mehr präsent haben, halten Sie das durchaus noch mal daneben. Es ist ein Großteil des jetzt Gesagten nicht realisierbar. Also, Sie dürfen Modalkonstruktionen verwenden. Zustands- und Vorgangspassiv. Sie dürfen reflexive Konstruktionen verwenden. Das Präteritum der starken und schwachen Verben ebenfalls. Allerdings wird bei den starken Verben, also die Ablauten, eine genaue Prüfung empfohlen. Sie können die analytischen Tempora, Perfekt, Plusquamperfekt und Futur verwenden. Allerdings müssen Sie beim Futur zusätzliche Temporaladverbiale verwenden. Also, das heißt, morgen werde ich einkaufen, dann ist klar, dass der Zukunftsbezug hergestellt ist. Sie dürfen Negationen verwenden. Doppelte Verneinungen sollten Sie vermeiden. Die sind aber im schriftlichen Schriftsprachgebrauch eh nicht üblich. Und als Varietät im oberdeutschen Sprachraum, also in den Varietäten im oberdeutschen Sprachraum, üblich und dort bedeuten Sie in der Regel eine Verstärkung. Sie dürfen Genitivattribute verwenden und Sie dürfen Partikelverben verwenden. All das ist Ihnen in der Regel, also bis auf, ich glaube, bis auf das Perfekt, ist Ihnen in den Normen der leichten Sprache untersagt. Ja, auf der Wortebene Lexik, und damit haben wir jetzt auch mal die sprachlichen, systematischen Ebenen durchgegangen, die für Sie relevant werden für die Bearbeitung Ihrer eigenen Aufgaben, ist es so, dass lexikalische Variabilität nicht ausgeschlossen werden muss. Allerdings wird eine sehr genaue Prüfung empfohlen bei dem Text, den ich Ihnen vorhin zeigte zum Sommernachttraum, hat sich zum Beispiel herausgestellt, dass die Gewerkspersonen das Wort Palast nicht mehr kannten. Also für die war das Genitivattribut, Türme des Palastes, Palastes Fürsten kein Problem, aber Sie wussten nicht, was ein Palast ist. Und das mussten wir Ihnen nachträglich erklären. Das wäre so ein spezieller Fall, wo man einen Anachronismus erläutern muss, weil er nicht mehr zur Lebenswirklichkeit der Gewerkspersonen gehört. Anachronismen und Lehnwörter, genau das ist der Fall, müssen Sie erklären. Allerdings braucht es hier tatsächlich die Prüfung der Zielgruppe. Eine grafische Trennung von Substantiven und Komposita durch Binnenstriche ist nicht notwendig. Den Mediapunkt haben wir eingesetzt, um viersilbige Komposita zu trennen, wenn dadurch das Verständnis erleichtert wird. Ja, soviel zu dem Empfehlungswerk von Verso. Ganz grob und holzschnittartig, aber mal im direkten Kontrast zum Normensystem der leichten Sprache. Und jetzt ganz kurz zu Ihren Themen, die Sie gewählt haben. Sie sehen schon, die leichten Sprachen in Kinderbüchern, Sie haben es leicht. Denn tatsächlich würde ich die Weltliteratur für Kinder, von denen ich im letzten Jahr alle Bände für den Handabarat habe anschaffen lassen, als besonders geeignet sehen, um da sehr schnell Texte in verständlichen Texten zu entwerfen. Dann haben wir einen interessanten Fall, leichten Sprachen in anderen Sprachen. Das heißt, der größere Zusammenhang zu der Easy-to-Read-Bewegung, zum Beispiel im englischsprachigen Raum. Leichtsprache in der Medizin, ein ganz heißes Eisen bezüglich der Formulare, Beipackzettel, Aufklärungsbögen und Gespräche, zum Beispiel vor Operationen oder der notwendigen Gabe von Medikamenten. Wenn Sie mögen, schauen Sie doch mal sich einen Bogen an zur Einstimmung einer Anästhesie. Welches Komplexitätsmaß der aufweist. Und tatsächlich haben wir auch schon erste Kontakte in verschiedene ärztliche, medizinische Kontexte, um wer so da weiter voranzubringen. Dann ein immer noch sehr heißes Eisen, leichte Sprache oder verständnisorientierte Sprache für Menschen mit Migrationserfahrung. Vor dem Hintergrund, das hatte ich auch schon angedeutet, wenn wir hier vor allen Dingen eine Durchgangsvarietät sehen, auf deren Basis Menschen mit Migrationserfahrung weiterlernen. Dafür können Sie die leichte Sprache nicht benutzen. Wenn die leichte Sprache in Stichwort Hauptbahnhof erst einmal standardferne neue Normungen und Schreibungen beibringt und Sie dann noch einmal umlernen müssen, ist es für Menschen mit Migrationserfahrung ein Lernrückschritt, den sie da faktisch erzielen und erzwingen, die nach dem Lernen der ersten Norm dann noch einmal eine zweite Norm lernen müssen. Insofern sollte man sich das wirklich überlegen, in dem Kontext leichte Sprache einzusetzen und stattdessen von vornherein auf das Empfehlungswerk von Verso abzuzählen. Dann ein sehr interessantes Thema Wasser. Das hatte ich schon gesagt. Hier geht es vor allen Dingen um die thematische Breite, was Wasser in unserem Leben bedeutet und für was es wichtig ist für uns Menschen. Da bin ich sehr gespannt. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da eine Broschur daraus wird. Würde ich Ihnen einige Beispiele zeigen, wo einfach klar wird, wie man so ein Thema darstellen und auswählen kann. Und dann noch leicht zu sparen Empowerment. Das heißt, die Frage, wie ermächtige ich jemanden mit einer Beeinträchtigung durch das Konzept von leichte Sprache. Also welche Türen kann ich ihm damit öffnen? Ja, das soll es für heute gewesen sein. Der zweite thematische Input zum Thema barrierefreie Kommunikation, als zunächst die leichte Sprache als preskriptive künstliche Varietät, hin zu Verso als einer eben noch so künstlichen Varietät mit Empfehlungskarakter für Sprachgebräuche, vor allen Dingen für schriftsprachliche Texte. Und ich bin sehr gespannt auf die Ausgestaltung Ihrer Themen. Ich hoffe, es hilft Ihnen, diese erste Orientierung, sich Ihr Thema zurechtzulegen und bestimmte Probleme zu identifizieren, die bei der Umsetzung Ihres Themas helfen. Wir lesen uns zunächst in der nächsten Sitzung, schalten eine Videokonferenz auf, falls das notwendig sein sollte. Und ich darf Sie bis dahin bitten, Ihr Thema nicht in Gänze vorzustrukturieren, sondern Aspekte Ihres Themas und möglicherweise eine Fragestellung zu formulieren. und wenn Sie Fragen haben, dies im zentralen Raum zu tun, also GLS minus S barrierefreie Kommunikation und wenn Sie sich untereinander abstimmen, das hier in den Unterräumen in der Matrix-Umgebung zu tun. Ich freue mich sehr auf das nächste Mal, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal, Ihr Alexander Lasch. Vielen Dank.